Hallo guten Abend. Hallo Josi. Hallo Josi. Nein guck mal, du bist Josi. Ich bin Mama. Was? Nein. Ich bin Papa. Nein, schau nochmal genauer hin. Ah, Oma. So ist lustig. Ich bin Sascha. 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 Sascha Grammel. Sascha Hammel. Nein, nicht Hammel, Grammel. Grammel. Ich bin Sascha Grammel. Ich bin Sascha Hammel. Nein, ich bin Sascha Hammel. Sascha Hammel. Du bist Josi. Schluck auf. Ah, du bist Sascha Hammel. Ich bin Josi. Schluck auf. Ja, und du hast heute Geburtstag. Ja. Ja, du bist heute eins. Und Sascha Hammel? Sascha Hammel ist schon ein bisschen älter. 100. Was? Nein. Schau nochmal genauer hin. 150. Und weißt du auch, wo wir hier heute sind? Ja, bei Florian Sieber eigentlich. Fast. Fast. Weißt du denn, was heute für ein Tag ist? Ja, Weihnachten. Genau. Und Weihnachten, da riecht es nach Mandeln, da sind überall schöne Kerzen angezündet. Und wer kommt jedes Jahr zu Weihnachten? Eline Frischer. Ja. Das stimmt auch, genau. Und heute ist schon der 25. 25. Ja, mit Zahlen kennst du dich noch nicht so aus, ne? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. So, Josi kann sogar schon rechnen. Rechnen? Ja, testen. Ja. Was ist 7 minus 4? Hä? Okay, ich mach's ein bisschen einfacher. Stell dir vor, ich geb dir 7 Weihnachtsgeschenke. Ja. So, jetzt nehm ich dir 4 wieder weg. Ja. Was ist das? Das gemein. Das macht man nicht. Man gibt nicht jemandem Weihnachtsgeschenke, dann nimmt man die wieder weg. Psst. Läder. Ja, und gemein ist auch, dass es jetzt schon ganz schön spät für dich geworden ist. Jetzt geht's ins Bett. Ach du Scheiße. Na so, na sag mal, von wem hast du denn so schlimme Wörter? Ja, von Sasa Hammel. Von Sasa Hammel? Ja. Ach du Scheiße. Aber, aber jetzt, ne? So, sie erst mal Fernsehen. Ne, um die Uhrzeit kommt nichts mehr für dich im Fernsehen. Doch, auf Wux. Was? Was kommt denn da? Das mit Schafen. Ach schon, das Schaf. Nee, steigen die Limmer. Das ist ganz gruselig. Ja. Da erzähl ich dir lieber ne schöne Gute-Nacht-Geschichte. Von deinen Gute-Nacht-Geschichten werde ich immer so müde. So. Ja, dann, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht singst du mir ja ein kleines Lied. Ja, aber ich kann ja gar nicht singen. Ja, eben. Ist lustig. Okay, ein Geburtstags-Gute-Nacht-Lied. Okay. Okay. Und ich fang an. Und ich hör auf. Okay. Glockenstil. Ja. Wer hat heut' Geburtstag? Du hast heut' Geburtstag. Luftballons, Konfetti, Regen und Geschenke soll es geben, weil du heut' geboren bist. Gann, gann. Wer hat heut' Geburtstag? Ich hab heut' Geburtstag. Alles Glück und nur das Beste, wünsch' ich dir zum Wiegenfeste. Dein Rückgeborending. Genau. Windelschnullakula-Augen. Und so niedlich, kaum zu glauben. Klein, aber, oh-ho. Mann, was bin ich froh. Froh, dass du geboren bist. Alle haben dich lieb, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du geboren bist. Sascha Krammel und Josy und Baby Josy. Ja, wir wecken sie noch mal gut drauf. Josy? Ach, da ist sie wieder. Hallo, Helene. Hallo, du Süße. Du siehst ganz nett zaubernd aus. Oh, danke schön. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch eine Helene Fischer sein. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst riesengroß und steinalt wirst du. Wirklich? Ich glaub schon. Okay, toll. Jetzt muss ich schlafen gehen, aber ich wünsch' allen noch einen schönen Abend. Tschüss, danke schön. Wir wünschen dir auch eine gute Nacht, liebe Josy. Vielen Dank. Danke schön. Der wunderbare Sascha Krammel. Das war ganz entzückend. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mein Lieber. Danke schön. Alles Gute für dich. Alles Gute für dich.